Tatjana Ivanovna Shikolenko ist eine ehemalige Sperrwerferin, die bis 1991 für die Sowjetunion, 1992 und 90 für die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, von 1993 bis 1995 für Weißrussland und danach für Russland antrat. Als fünfte der Junioren-Europameisterschaften 1985 und vierte der Junioren-Weltmeisterschaften 1986 zeigte sie schon früh, dass sie zumindest ähnlich talentiert wie ihre vier Jahre ältere Schwester Natalia Shikolenka war. Bei den Goodwill Games 1990 belegte Tatjana hinter ihrer Schwester den zweiten Platz. 1991 gewann sie bei der Universiade. Bei den Weltmeisterschaften 1993 und 90 in Stuttgart traten beide Shikolenko-Schwestern für Weißrussland an. Hinter Trine hatte Start und Karin Vorkil wurde Shikolenko mit 65,64 Meter Dritte vor Tatjana mit 65,18 Meter. 1997 wurde Tatjana Shikolenko ab jetzt für Russland startend mit 63,78 Meter achte. Die erste Medaille gewann sie bei den Europameisterschaften 1998, als sie mit 66,92 Meter Zweite hinter der deutschen Tanja Damaske wurde. Ihre Bestleistung mit dem alten Speer von 67,34 Meter stellte sie ebenfalls 1998 auf. Mit dem neuen Speer ab 1999 kam sie auf Anhieb gut zurecht. Bei den Weltmeisterschaften 1999 wurde sie mit 66,37 Meter Zweite hinter Mirella Zellili. 2000 gelang ihr der weiteste Wurf mit dem neuen Speer, als sie mit 67,20 Meter russischen Rekord warf. Sie wurde aber bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney nur siebte mit 62,91 Meter. Bei den Weltmeisterschaften 2001 scheiterte sie mit Platz 9 im Wohrkampf. Mit 60,91 Meter verpasste sie den Endkampf der besten 8 um 10 Zentimeter. Im Jahr darauf wurde Tatjana Shikolenko mit 63,24 Meter vierte der Europameisterschaften 2002. Bei den Weltmeisterschaften 2003 gelang es ihr mit 63,28 Meter zum zweiten Mal nach 1999 Silber zu gewinnen, erneut hinter Mirella Magnani Zellili. Bei einer Körpergröße von 1,77 Meter betrug ihr Wettkampfgewicht 74 Kilogramm. Von 1997 bis 2001 und 2003 gewann sie die russische Meisterschaft im Speerwurf.